Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Alice Madness Returns und wir müssen jetzt des Hutmachers beide finden. Aber erstmal hier wieder alles kaputt machen, damit wir Zähne bekommen. Man braucht schließlich immer Zähne. Ich könnte dann auch gleich gucken, nee, upgraden kann ich nichts im Moment. Also, beziehungsweise doch, ich könnte die Dings upgraden. Oh, jetzt habe ich ewig schon nicht mehr gespielt. Wie ging das denn? Ah, so. Ja, ich hatte ja, ähm, Statue wird ja angefangen. Das findet ihr auch rechts oben in der Ecke, die Playlist dazu. Und gestern war ich nicht da und dann, naja, ihr kennt das ja. Dann ist man ein wenig aus der Übung, aber ich werde mich sofort wieder einfinden. Und jetzt suche dir das Hutmachers Beine. Ja, ja, ich erinnere mich wieder. So. Wir waren hier gewesen. Gilt die nochmal? Das ist jetzt eine große Frage. Aber die hatten wir die Erinnerung nicht schon? Hm. Gucken wir einfach nochmal. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kinderreihen abzulegen. Okay. Hatten wir das jetzt nicht hören? Ach, egal. Ähm. So, wir waren hier gewesen. Oder? Nee, wir waren hier gewesen. Oder? Nee, ich glaube, wir waren in der Mitte. Da ist zumindest die Plattform weg. Also gehen wir nach rechts. Würde ich sagen. Nicht, dass wir hier uns selbst kaputt machen. Das wäre keine gute Idee. Und... Oh, fuck, fuck, fuck. Scheiße. Genau das wollte ich vermeiden. Arrgh. Help me. Oh, man. Einmal mit Profis, ne? Achso, da kommen die Späne her. Haben wir schon gewundert, woher die kommen. Oder haut in den Hammer die ganze Zeit drauf. Oh. Äh, so. In die nächste... Gegend. Ich hoffe, wie viel... Hier, das Hutmachersbeine. Die Ausmaße dieses Trostlosen Traktes kennt keine außer den Bewohnern. Okay. Okay. Der ist abgeschafft. Ein billiger Sprung. Ihr meint es zu sehr. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeiten. Nichts zu hochkippen. Im Himmel war es unsere Preise. Es ist besser, dass Arbeiten, als dafür bezahlt. Worte von denen verliebt haben. Worte sind zu hochkippen. Ein Parallel für Arbeiten. Die Sterne sind abgeschafft. Kein billiger Sprung. Ihr meint es zu sehr. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeiten. Nichts zu hochkippen. Das ist jetzt zum Beispiel gut. Wir sind mit der Arbeit, als dafür bezahlt. Worte von denen verliebt haben. Worte sind zu hochkippen. Muss ich jetzt doch das irgendwie hinkriegen? Das ist aber ein bisschen sehr gut. Der Abstand. Ja, sieht so aus. Ah. Okay, doch. Ja, dann. Haben wir es jetzt auch nicht mehr ganz so schwierig, hier rüber zu kommen. Eine Erinnerung. Die Industrie nährt sich von Leid, Verfahren und Zerstörung. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwähnen. In Australien vielleicht. Wir könnten dein übiges Land zu werden haben. Na super. Mensch. Die Abgründe der Menschheit. So, haben wir hier irgendwas? Eine Erinnerung. Da haben wir sonst noch irgendwas Interessantes. Und da geht es zum Hasen und zu Monstern. Als ob wir Monster nicht gern hätten. Okay. Das ist sehr ermutigend. Nicht. Okay. Dann ist ein Schlüsselloch. Und ein... Dings. Gut, dann machen wir das so. Okay. Und dass wir hier unseren Hasen wieder hinlegen. Nicht sterben. So. Wenn ich da hinterher hin will. Dann muss ich da irgendwie hoch. Aber... Da müsste ich auch noch hoch. Gucken wir einfach mal. Eigentlich wollte ich schnell durch. Das hier ist das. Das hier ist das. Ja. Oh. Ein kleiner Lack. Ach immer diese Viecher. Was mache ich nun mit denen? Erstmal hier einsammeln. Er weiß, was diese Druckplatte macht. Ah, okay. Die stellt das Ganze ein Stückchen höher. Oh. Okay. Okay. Nee, halt. Okay, ich habe mich, glaube ich, jetzt gerade wieder mal verfranst. Ich verfranze mich ja gerne. Papa, so funktioniert das nicht. Ja, verdammt. Ich habe noch gar nicht... Oh. Oh Gott. Ich habe noch mal diese Hektik. Hm. Gucken wir das Ganze nur noch einmal. Ich habe noch mal. Ich habe noch mal. So. Das soll da drüben sein, aber wo denn bitte? Wahrscheinlich da in der Ecke. Ich hab jetzt alles durchsucht. Da war nix. Ah, okay, das macht das hier. Ich will hier nicht gehen, ohne das gefunden zu haben. Wie komm ich dahinter? Ah, okay. Da hinten. Ach, okay. Gut, jetzt hab ich das Schlüsselloch auch gefunden. Ich war so abgelenkt, dass ich das nicht gesehen habe. Ach gut. Gut, dass ich's nochmal geguckt habe. Nicht, dass wir was vergessen. Ist es nur ne Flasche, aber besser als gar nichts. Wie sieht eigentlich unsere Balance aus, wenn wir gerade schon dabei sind? 15 von 18, 21 von 26 und 11 von 14. Das sieht doch nicht schlecht aus. Wenn ich mich weiter so anstelle, dann wird das hier sogar noch ein Volklier in der ersten Ebene. So, jetzt muss ich mich halt hier bitte durchquälen, aber das macht nichts. Damit kann ich leben. Ja, Mädchen. Falsche Taste gedrückt. Ich bin eng geblieben. WTF? Ich hab grad gar nichts gemacht, aber okay. Ist jetzt ohne Grund gestorben. So. So. Jetzt aber. Jetzt können wir ohne schlechtes Gewissen hier rausgehen. Oh. Nicht klein werden. Ja. Zu langsam. Ja. So. Nicht klein werden. Ach. Geschafft. Böses Vieh. So, mit diesem Vieh verabschiede ich mich in die nächste Folge und bis dahin. Tschüssi.